Der neue Weltbestseller von Ken Follett. King's Bridge. Wie alles begann. England im Jahr 997. Die Wikinger bringen Tod und Verderben über Land und Leute. Dem Bootsbauer Edgar bleibt keine Wahl. Sterben oder fliehen. Aus einem unbedeutenden Fleckchen Erde erwächst ein Mythos. King's Bridge. Das Volk kämpft ums Überleben. Die Obrigkeit um Reichtum und Macht. Leben und Tod. Liebe und Hass. King's Bridge. Der Morgen einer neuen Zeit. Der neue Roman von Ken Follett.